Hey Leute und herzlich Willkommen zum Vlog Nummer 17. Ich glaube, ich werde das Daily davor wieder wegnehmen, denn ich weiß nicht, es wird immer wieder passieren, dass zwischendurch keiner reinkommt und wenn ich dann Daily Vlog schreibe, dann wird erwartet von den Leuten, die mich vielleicht noch nicht so gut kennen, dass ich wirklich jeden Tag einen Vlog mache und eigentlich hatte ich das auch vor. Nur wie gesagt, es kommen Kleinigkeiten dazwischen, ob jetzt prisönliche Gründe oder sonst was, lebt damit. So, also ich mache Vlogs, wenn ich Bock habe. Ja, ein paar kurze Infos. Wir haben immer noch keinen wirklichen Namen, also ich hatte einen Namen im Kopf, nur den werden wir jetzt nicht nehmen wegen diversen Gründen und Choji wird er auch nicht heißen, auch wenn es jemanden gibt, der ihn immer so nennen will. Nein, gell? Und, ja, falls euch irgendwie noch was einfällt, ich weiß nicht, ich hatte an was gedacht, wie Schneeweiß, das wäre eigentlich eine schöne Sache, also, ähm, äh, Yuri, Yukio, 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 irgendwie sowas, genau. Oder, hey! Ja, ich rufe einfach mal, hey, wenn Leute bei mir in die Wohnung reinkommen. Genau, ist ja auch meine Wohnung. Und, ähm, ja, also, heute werde ich, äh, in die Rheinaue gehen, zusammen mit meiner Freundin und mit Roxy. Und, ähm, keine Ahnung, vielleicht passiert es das aus, wenn irgendjemand auf den Knopf von meinem Handy kommt, das aufgenommen wird und dann labern wie irgendein Schwachsinn, wie ich es hier tue, aber, äh, ich weiß nicht, ob das passieren wird. Von meiner Freundin, für euch. Ach, jetzt lacht doch. Ah, sie hat's versucht. Der Wille zählt. Also, ähm, ja, des Weiteren werdet ihr mich am, äh, Sonntag auf der Gamescom finden. Ich werde ab, ja, die Uhrzeit haben wir noch nicht ausgemacht, aber ich schätze mal, ich werde spätestens ab 11 Uhr da sein. Ich möchte, wenn möglich, sogar ein Frühjahr da sein, ähm, weil es halt einfach voll wird. Und, bitte? Warum habe ich da gemein? Ja, weiß ich noch nicht. Ich habe ja gesagt, ich versuche früher, aber wir klären das nicht jetzt. Das machen wir später. Okay. Also, ähm, ihr seht mich auf der Gamescom, falls ihr aus nahe Köln kommt oder sowieso überhaupt dahin zu fahren und dann seid ihr am Sonntag noch da. Dann würde es mich freuen, wenn ihr einfach auf mich zukommt und sagt, äh, game, 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 game! Hi. Das würde schon reichen. Ehrlich, das wäre total cool. Das würde keiner machen. Wisst ihr, ich habe eben noch überlegt, ob sie vielleicht irgendwie mitwirken kann im Vlog und habe dann gesagt, vielleicht passiert ja irgendein lustiger Kommentar zwischendurch oder sowas, aber jetzt denke ich mir, sie hätte vielleicht lieber nichts tun sollen. Hm. Naja. Gut. Dann, äh, war es das erste Mal. Ich melde mich die Tage und, äh, denk dran. Halte die Ohren steif und natürlich auch andere Liedmaßler. Tschüss.